Musik Super hier an der Volkbank, vor allem am Jazzstudiengang, ist das familiäre Umfeld. Also generell, wenn man hier ist, dann sieht man ständig irgendwelche Leute, mit denen man spielen kann. Und meiner Meinung nach ist es auch echt wichtig, viel mit Leuten zu spielen und sich musikalisch auszutauschen. Und hier gibt es auch viele Jam-Sessions. Dreimal E und dann? Dreimal! Dreimal! In der Jazz-Abteilung lernt man viele Leute kennen, mit denen man jetzt oder auch später spielen kann. Man kriegt außerdem im Studium ein sehr breites Angebot an Ausbildung. Musik Ja, bei uns in der Volkbank Jazz-Abteilung gibt es viel interessanten Unterricht, zum Beispiel den Gehörbindungsunterricht bei Rein Cardio. Da bereiten wir öfters verschiedene Transkriptionen vor, die wir dann auch spielen und auch singen müssen. Ja, was ich besonders hier finde an der Volkbank ist, dass es nicht nur, dass es musikalisch ein sehr hohes Niveau ist, und es ist auch die Stimmung, diese kreative Stimmung für die Studenten, es fließt durch die ganze Unterricht. Musik Ja, wenn ihr jetzt Lust auf mehr habt nach diesem kurzen Clip, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, am 24. Januar, ab 10 Uhr, bei uns hier in den Wesselswehr zur Volkbank Jazz-Abteilung zu kommen. Da ist nämlich ein offener Workshop-Tag, an dem ihr am Unterricht der verschiedenen Dozenten teilnehmen könnt und fragen könnt, was ihr so fragen wollt. Kommt vorbei! Volkbank Jazz, check it out! Musik 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 Musik